Als kleiner Junge habe ich gerne Indianer-Geschichten gelesen und man kann schon sagen, dass ich irgendwo sowas wie ein Pfadfinder bin. Auch wenn ich immer den gleichen Pfad finde. So war es hier nie. Jetzt ist es hier so. Irgendeiner hat Ingwer ermordet. Es gibt das Gerücht, dass Ingwer und dein Kumpel Finn dem Grafen der Packung Koks gestohlen haben. Dem Grafen? Er und die Serben teilen den Markt unter sich auf. Gut, den bringe ich um. Vergiss es, Nils. Mein Vater muss auch Rache nehmen für seinen Sohn. Du könntest nie jemanden töten. Ich muss es jedenfalls versuchen. Für einen Schweden bist du ein Integrationserfolg. Fuck! Du hast bewiesen, dass man es zu etwas bringen kann, selbst wenn man kein Norweger ist. Wir brauchen Leute wie dich hier. Voll integrierte Einwanderer. Nicht angeschnallt, wäre aber besser. Einwanderer ist positiv gemeint. In dem Zusammenhang. Drei Männer können verdammt nochmal nicht verschwinden, ohne dass jemand sie verschwinden lässt. Die scheiß Albaner sind's. Die Serben-Chefen. Wir müssen lernen, dass sie nicht machen können, was sie wollen. Der Graf, das ist kein einfacher. Um den zu erledigen, brauchst du einen Hitman. Es gibt jemanden, der heißt der Chinese. Es ist bestimmt kalt hier für einen Chinesen. Ich bin Däne. Jetzt ist Krieg. Riecht schwer nach Gangsterkrieg. Wenn norwegische Kinder einfach verschwinden, dann gibt's immer diese nervigen, immer besorgten Eltern, die unbedingt Marien suchen müssen. Machst du jetzt auf Dirty Harry, oder was? Hi, Jungs. Habt ihr schon mal auf einem Zahnarztstuhl getrieben? Verraten Sie doch schon mal den Stuhl vor. Ich möchte eben nochmal rasch aufs Badchen. Erledige das gerne auf mir. Wollen wir das wirklich machen? Ja, cool. Wir machen eine Revolution. Yay!